Hallo, ich bin Jan-Hendrik Herrmann. Ich bin Leiter des Jazz-Kurs der Uni Bonn. Das Konzert in der Philharmonie ist für uns etwas ganz Besonderes. Zum ersten Mal singen wir in der Philharmonie in Köln. Und zwar ist die Idee, dass wir nicht einfach nur unsere Stücke auf der Bühne singen und das Publikum hört zu, sondern das Publikum wird integraler Bestandteil des Konzertes. Wir wollen versuchen, die Grenze zwischen Bühne und Publikum aufzuweichen und gemeinsam mit dem Publikum zu singen und mit dem ganzen Saal gemeinsam einzigartige musikalische Momente erleben. Also ich fand, als ich das erste Mal den Chor gehört habe, war ich so geflasht vom Sound einfach auch den 50 Menschen dann haben können und dann Teil dessen zu sein ist schon ziemlich schön. Wir sind zwar alle mega unterschiedliche Leute, aber ich habe das Gefühl, dadurch dass wir da alle zusammenstehen, schweiß das halt ein so zusammen, aber auch so dieser Moment nach den Konzerten, weil dann hat man irgendwie so eine Konzerteuphorie, ist so mega beseelt. Also ich bin auf jeden Fall schon ziemlich aufgeregt, sehr viel Vorfreude und ich finde das eine sehr schöne Idee. Kommt am 12.06.2024 in die Kölner Philharmonie, singt mit uns. Um 20 Uhr geht's los, es wird ein einmaliger Abend.